Sag mal, sehe ich wirklich so fertig aus? Du siehst furchtbar aus, ja. Hey, hör auf! Du bist gemein. Nein, nein, du siehst einfach nur müde aus. Ach, Willie. Wo wohnst du jetzt eigentlich? Es ist so, ich bin im Moment noch auf der Suche nach einem Ort, an dem ich wohnen will. Das muss aufregend sein. Oh, ja. Wahnsinnig aufregend. Und was tust du so? Was, was meinst du? Womit verdienst du dein Geld? Wovon lebst du? Rate. Keine Ahnung. Ich zeig's dir. Damit sollte es gehen. Hey, was hast du vor? Entschuldigung. Das. Das mache ich, um Geld zu verdienen. Wow. Tja, ich... Ich mach den Klauen. Für dich. Für mich. Ja. Gehen wir? Hallo und willkommen bei Dirty Truth. Wir gehen.